Hallo und herzlich willkommen bei Nacktsmull TV mit dem Toffer und dem Manni und mal wieder ein Guild Wars 2 Toffers, dieses komische Typ mit diesem komischen Ding da über dem Kopf. Ich bin gar nicht da. Ich habe dem irgendwie ein Ziel verpasst. Ah, ah. Er hat es gefunden. Ich überlege auch mal so ein Ziel. Ah. Ich weiß wie das geht. Haha. Auf T drücken. Nein. Steuerung rechts und Klick. Das kann ich nicht. Haha. Kann er wohl. Wie geiler ist, dass wir immer nur ein Zeichen setzen können. Siehst du das? Aber die nächste Frage ist, wie macht man das wieder weg? Okay, vergessen wir das. Wir machen, mit welcher Mission wollten wir denn weitermachen? Mit der und meiner? Keine Ahnung. Vergessen. Gut. Was hast du denn? Mit dem Level, das müssen wir ja dann... Ne, wir waren bei Dainer und dann sind wir hier hingegangen. Genau, ich habe jetzt Level 11 Missionsquest irgendwas. Ja, das hatten wir ja gemacht. Wo war denn hier? Trefft euch bla 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 bla. Wir haben hier noch Stufe 13. Welchen Wegpunkt haben wir nicht? Den Wegpunkt, wo ich hin muss. Ha, ha. Du solltest denn anschießen. Möchtest du nicht wieder irgendwelche harmlosen Tiere töten, hier? Halt, komm zurück! Zu spät. Ich habe ihn angeschossen. Immer diese Mannis. Fung peng, Fung peng, Fung peng. Sowas hebe ich jetzt schon gar nicht mehr aus hier. Da unten sind Karotten. Hier ist ein Wegpunkt. Ich weiß. Das ist ja der, den wir nicht haben. Da ist auch das weiße Kaninchen. Ob uns das auch den Kopf abbeißt? Da sind Karotten. Und da unten ist ein Kürbis. Ein Schnitzkürbis. Hm, hm. Was? Ah. BTF? Oh, ich muss wirklich hin. Okay. Welche Emi? Zweiter Fähigkeitenplatz freigeschaltet. Ja, dann gib mir ihr... Ich habe nur eine Fähigkeit, die ich da hinpacken kann. Sei der Scheiß. Nee, das will ich ja gar nicht. Da ist was. Unentdeckter Aussichtspunkt. Da ist was. Da, da. Halt mal kurz die Klappe. Ich muss doch erstmal hier... Was ist denn für den zweiten Slot? Und was ist sonst was? Du kannst auf die Slots legen, was du willst. Hier ist Holz. Ein Espen-Sprössling. Ui, ui, ui. Töck. Hm. Mhm. Gemein. Komm, klar. Einfach. So. Wo bist du jetzt schon wieder? Du hast neben dir stehen zu bleiben. Ich... Ich habe Holz gehackt. Bernstein-Kiegel. Dino-DNA. Warum... Warum tötest du einen Mark II-Geschützturm? Because I can. Manchmal fragt man sich bei dir... Weil das hier helft... Hallo, komm ich jetzt in die Chemie? Weil das hier helft... ...dem Bergarbeiter ein Ding ins Bummens ist. Dass du kilometerweit wegrennen musst, um dann wieder da reinzukommen... ...das ist doch mal Schwachsinn. Nee, mit dem... Was soll denn das hier? Da ist der Punkt. Komm her! Ladebildschirm. Mann, die ist schon wieder so still. Ich wollte ja dein Ladebildschirm nicht versauen. Hier liegt ein Stein. Ach, ich wollte den Diakop werfen. Hier liegen gar am Knochen. Was sucht ihr denn hier, Bezwingerin? Selbst wenn ihr in die Endrunde kommt, mache ich euch platt. Wollt ihr uns allen die Zeit stehlen? Wenn das so leicht ist, dann freut euch doch über die Chance, es nochmal zu tun. Oder wir kämpfen einfach jetzt gleich und bringen es hinter uns. Nein. Ich will, dass ihr vor aller Augen erniedrigt werdet. Macht nur. Nehmt am Wettbewerb teil. Ihr kommt nicht mal bis in die Endrunde. Weißbär ist bereit, den Wettkampf beginnen zu lassen, Mikkel. Geht zur Seite und lasst unseren Neuzugang herein. Ich bin bereit. Je eher wir anfangen, desto eher kann ich diesen Betrüger das Grenzen vom Gesicht wischen. Also gut. In dieser allgemeinen Vorrunde kommen nur die beiden Kämpfer weiter, die als letzte noch auf dem Bein sind. Der Kampf beginnt, sobald ihr im Ring seid. Ja, ja. Ist ja gut. Ich will auch. Ha. War was zum... Es ist ein riesengroßer Knochen. Schlagt mit eurem Knubbel auf einen Arm gegen den Reinen. Jubeln. Komm jetzt mal her. Mal sehen, was ihr so drauf habt. Achtung, alle Teilnehmer. Das freie Brüder. Achtung. Fertig. Was? WTF? Muss ich jetzt gegen die alle bestehen oder was hier? Ich kann die Erfrischung zuwerfen. Oh, ich kann dir aber auch Schrott an den Kopf werfen. Du kannst auch mal ganz geschlecht kacken gehen. Ich will auch prügeln. Und dann wäre da Hacker Rabenreich, eine Händlerin aus dem Tal der Einsamkeit. Die berichtet, sie habe dort Schwierigkeiten mit Rattenbären. Neuen und gefährlichen Bestien. Sie ruinieren ihr Geschäft und müssen beseitigt werden. Wählt eure Herausforderer, beginnt den Kampf und meldet euch dann bei meinem Charf-Freund, Balteos Blutlasser in Schlachterblock. Er ist Experte für solche Wettbewerbe. Wer immer Balteos zuerst erreicht, rückt in Runde 2 vor. Überlegt einen Moment und sagt mir dann, welchen Pfad ihr wählt. Viel Glück! Was warst du? Ja? Ach so. Viel Glück bei eurer Prüfung, Bezwingerin. Toll. Ich kann nur die anderen Gegner ausbuhen, nicht dich. Ein neuer, äh, bla bla bla. Zähigkeit, Heilkraft, Kraft. Was auch immer das jetzt ist. Können wir die Instanz verlassen? Ich verlasse die Instanz jetzt. Tschüss. Kann ich schon die Fresse polieren? Ich poliere dir jetzt die Fresse. Ich vermisse, ich finde es immer noch scheiße, dass hier keine Duelle möglich sind. Also mal ganz ehrlich. Können ja bei EVE ein Duell machen. Du platz doch. Meinst du jetzt, weil du deine Pulslaser jetzt drauf hast, oder was? Bist du jetzt ein Knaller mit deinen Pulslasern? So ein ganz Böser. Du zündest den Knaller, ne? Knalldarregel. Sorry, geblockt. Der merkt gar nicht, dass der etwas gepult hat. Nein. Der läuft einfach weiter. Ja, wenn du jedes Mal stehen bleibst. Du hast was gepult. Ja, woher soll ich das wissen? Hier ist Holz. Oh. Ich will ein Maunt. Er sagt uns das. Frauen sind handwerklich nicht begabt. Der hackt immer noch mit einer Spitzhacke das Holz. Ich mag die nicht. Da ist noch mehr. Da ist noch mehr. Machen wir auch eigentlich irgendwas mit diesem ganzen Holz und so? Ja, ich kann damit Bögen bauen. Du hast schon wieder gepult. Du musstest ihn natürlich markieren. Ich wollte, dass du siehst, wen du gepult hast. Ich weiß nicht, ob ich das mitkriegen würde, wenn ich mich nicht umgedreht hätte. Da ist Kräuter-Sprössling-Gedöns und so. Den pullt der. Sag ich doch. Wir machen ja Schaden. Oh. Wo müssen wir überhaupt hin? Irgendwo hier. Ja, noch ein ganzes Stück da hoch. Da ist ein Aussichtspunkt. Ich mach mit dir jetzt erstmal eine Bärentur. Ich hab diese Svanis geschwächt. Stand da. Warte mal. Du hast schwere Rüstung, ne? Ja. Was ist denn das? Ein Helm. Dann her damit. Den Helm hab ich noch gar nicht. Bei uns gibt es wieder so tolle Autofahrer, die nicht wissen, wie eine Gangschaltung funktioniert. Du, wollen wir den XP-Boost benutzen? Wollen wir das? Das war die Frage, weil ich hab ja auch einen. Ja, deine Frage, wenn der Gegenfrage beantwortet hat. Ja, dann wollen wir den benutzen. Äh, den Helm kann ich gar nicht... Achso, Schule 14. So, verwenden. Wollen wir ihn schon haben? Dann haben wir ihn. Die drei Pfefferkörner hab ich gefunden. Ich hab vier. Da ist ein Wegpunkt, da. Da ist Kupfererz. Und dann müssen wir auch hin. Naja, wenigstens dafür benutzt er das richtige Werkzeug. Da steht ein Drachen-Bann. Und da ist ein Inni. Ich krieg das noch hin. Klar, Stufe 14-Torfer, machen wir. Ja, machen wir. Müssen wir machen. Wir haben doch jetzt XP-Boost drin. Kann doch eigentlich nur schief laufen. Wir werden sterben. Ich nehme den anderen Bogen. Die sind eh grün. Ja, danke. Jäublech. Untertitelung des ZDF, 2020